Wir sind gerade in Israel angekommen, hatten einen guten Flug und jetzt fahren wir zum Hotel Daniel. Heißt wie ich, gehört nicht mehr, aber werden dort alles richten und freuen uns auf die Gruppe, die morgen kommt. Ja, und es ist wunderbares Wetter hier und wir fühlen uns richtig im Sommer hier und freuen uns, wenn wir ankommen heute Abend und morgen dann die Gruppe begrüßen dürfen. Bis bald! Ja, bis bald!